Dies ist ein Vorschau-Video meines neuen Udemy-Kurses über CMake, den ganzen Kurs findest du in der Videobeschreibung. Willkommen zu meinem neuen Kurs über CMake. CMake macht das Leben von C- und C++-Entwicklern leichter. Und warum ich von diesem Satz so überzeugt bin, zeige ich dir in diesem Video. Erstmal, was ist CMake eigentlich? CMake ist ein plattformunabhängiges Bildtool. Sprich, CMake hilft uns dabei, unsere Projekte zu bauen. Und das auf allen großen Betriebssystemen, also Windows, Linux und Mac. Um das zu tun, erzeugt CMake aus Projekten Solution-Files für Microsoft Visual Studio oder Make-Files, um auf Linux zu arbeiten oder auch X-Code-Dateien, um auf Macs zu arbeiten. Und da dadurch die großen Entwicklungsumgebungen alle abgedeckt sind, ermöglicht CMake also auch das einfache Zusammenarbeiten von verschiedenen C- und C++-Entwicklern auch in unterschiedlichen Betriebssystemen. Nun ist CMake aber nicht das einzige Bildtool, sondern da gibt es auch noch ein paar andere. Warum sollte man da genau CMake unbedingt gerade lernen? Naja, der erste Grund ist, es wird am meisten verwendet. Das ist erstmal nur eine Behauptung, aber wenn wir uns mal Google Trends zum Beispiel anschauen, links haben wir hier 2004, rechts heute 2020, sehen wir, dass CMake definitiv die anderen beiden abgehängt hat. Also Automake und S-Cons waren in der Vergangenheit mal eine Zeit lang durchaus größere Namen, aber CMake ist an denen einfach vorbeigerauscht und hat heutzutage schon fast die Monopolstellung, wenn es um Bildtools für C und C++ geht. Aber noch ein anderes Beispiel, ich habe mal bei GitHub geguckt und habe einfach C++ eingegeben und die Top 10 Projekte, die man dort findet, unterstützen sieben direkt einfach CMake. Und man muss sagen, eins dazu noch, also von den drei, die es nicht unterstützen, eins ist Header-Only, dafür braucht man nicht wirklich ein Bildtool, sondern man kann diese Header-Only-Datei einfach so einpflegen. Aber da gibt es übrigens auch in CMake zusätzliche Möglichkeiten, solche Header-Only-Libraries, selbst wenn sie selber nicht CMake unterstützen, einfach einzubetten. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt, warum man CMake lernen sollte. Das Einbetten von anderen CMake-Projekten ist extrem einfach mithilfe von CMake. Wir können also andere CMake-Projekte durchaus als Dependency hinzufügen und diese dann verwenden. Und gerade dieser Schritt, dieses Dependency-Management, war mit anderen Bildtools in der Vergangenheit schon durchaus immer wieder mal ein deutliches Problem und war nicht so wirklich schön. CMake macht da vieles leichter. Was wirst du in diesem Kurs lernen? Gehen wir mal kurz durch die Kapitel durch. Das erste Kapitel ist die Einführung. Naja, die hörst du gerade. Das ist ein bisschen, wie installieren wir CMake eigentlich? Was gibt es für Grundbegriffe? So etwas wird hier vorgestellt. Als nächstes kommen die Basics. Hier zeige ich dir, wie die Sprache von CMake funktioniert und auch, wie du schon Projekte mit CMake aufbauen kannst. Dann schauen wir uns ein paar weitergehende Themen von CMake an, sprich Funktionen und Scopes. Auch so etwas gibt es in CMake. Und wie die genau funktionieren, denn die funktionieren ein bisschen anders in CMake als zum Beispiel in C++, schauen wir uns in diesem Kapitel dann noch an. Als nächstes, wie man ein paar Einstellungen vornehmen kann in CMake. Einstellungen sind so etwas wie, wie legt man fest, welcher Compiler verwendet werden soll für unser Projekt, was für einen Sprachstandard. Also ist es C++11, ist es C++14 und so weiter, welchen wir unterstützen wollen. Und als nächstes lesen wir dann einige Eigenschaften vom System aus. Das heißt, wir können in CMake auch herausfinden, befinden wir uns gerade auf einer Linux-Maschine, befinden wir uns gerade auf einem Windows-Rechner, sind wir gerade 64-Bit, sind wir gerade 32-Bit. Für manche Entscheidungen, um ein Projekt zu bauen, ist das durchaus wichtig und in diesem Kapitel zeige ich dir, wie du sowas auslesen kannst. Der Kurs wird dann abschließen mit einem Kapitel über Dependency Management, eines der ganz, ganz großen Argumente für CMake. Schauen wir uns noch kurz an, was für Voraussetzungen ich an dich stelle, also was musst du mitbringen, um diesen Kurs verfolgen zu können. Das erste ist C++-Kenntnisse. Dieser Kurs wird auf C++ aufbauen. Dabei ist es allerdings gar nicht so wirklich wichtig, dass diese C++-Kenntnisse tief gehen. Du solltest eigentlich nur programmieren können, den Rest wirst du dann schon verstehen. Das gilt auch, wenn du CMake dann eigentlich für die C-Entwicklung verwenden möchtest oder eine andere Programmiersprache, die übrigens CMake auch unterstützt, zum Beispiel Fortran. Und das zweite, was du mitbringen musst, ist, dass du entweder Windows- oder Linux-Entwickler bist. Fragen, die sich speziell um die Mac-Entwicklung drehen, werden in diesem Kurs nicht beantwortet. Gut, das war es schon zu dieser Einführung. Ich freue mich auf dich. Lass uns loslegen. Gut, das war es schon. Vielen Dank.